Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit dem Tim. Ja, bei mir auch, hallo. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am, oh Gott, äh, am sterben, aber ansonsten ist alles gut. Ja, der Tim hat gerade ein Auto geklaut. Alter, da ist ein Haupt- da ist ein Hubschrauber, Mann. Ja, Tim hat gerade ein Auto geklaut und wird leicht von der Polizei verfolgt. Stimmt jetzt gleich. Aber ich fahre jetzt einfach mal hier. Oh, 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 der hat ein Polizei-Auto leicht, ohi. Ah, ich überlege gerade, ob ich aussteige und den scheiß Hedling mal runterhole. Ach, Quatsch. Ja, aber wir sind halt so mitten im Nirgendwo gerade. Oh, fuck. Ich komme hier nicht mehr raus, oh mein Gott, scheiße. Es gibt Gas, es gibt Gas, es gibt Gas. Ja, puh, gerade noch gerettet. Neh, mal kurz über die Schlucht. Jawohl. So läuft das nämlich bei uns im Auenland. Ich bin hier mit meinem schönen... Ich muss jetzt den Hubschrauber runterholen, das geht jetzt nicht. ...lauberen Auto durch die Pampa fahren. Komm, ich markiere dich mal als Ziel. Ich fahre mal zu dir. Oh, jetzt hat es ja Bum gemacht. Ja, der Hubschrauber hat mich gerade ein bisschen abgefuckt. Ist der explodiert, der Hubschrauber, oder? Dann haben die mir auch noch die Reifen zerschossen, ich glaube es ja nicht. Ey, du musst den ja eh reparieren lassen, den Wagen. Ja, ich fahre jetzt einfach hier mal den Schotterhaufen hier runter, dann sehen die mich nicht mehr und dann ist alles gut. So, hier warten wir jetzt mal kurz. Kann ich meinen Auflauf fertig essen? Ich bin nur am Essen, der Junge. Wow. Ich stelle gerade ein Polizist vor mir auf der Straße. Er ist ja nur umgefahren. So. Da ist ja schon wieder ein Hubschrauber, gell? Der schießt auch. Der schießt bestimmt nicht auf mich. Oh! Weg war er auf einmal. Komm, ich bin ja jetzt am schlauesten zu dir runter. Naja, nie redest du mit mir. Da, jetzt ist mein Headset wieder an. So. Oh, fuck. Oh nein. Ich bin nur entgegen einem Polizei Auto gefahren, ihr Idiot. Oh, Mann. Das ist doch... Wieso ist denn da schon wieder ein Hubschrauber, Mann? Sterne hast du denn? Das ist doch ne Scheiße. Ich will in die Stadt. Kevin, mach doch mal was. Du kannst auch den Lester anrufen. Der macht dir weg, die Polizei. Du musst doch bezahlen. Lester? Ja. Echt? Ja, musst du anrufen und dann sagen, Polizei... Fahndungslevel entfernen oder so. Uah, nein. Uah. Ich mach mein Auto die ganze Zeit selber kaputt. Ich muss nicht mal... Ich muss nicht mal gegen irgendjemand dagegen fahren. Irgendwie ist mein Motorgeräusch weg. Er ist ab Rang 21. Das freigeschaltet. Ja, ist wahrscheinlich zu viel Polizisten hinter dir. Alter. Ich sterbe gerade so bitterlich. Er ist gerade so richtig schlecht. Hm. Jetzt ist eine Straße, ich wäre nach der anderen. Ich krieg keine Kurve mehr mit dem hin, ey. Kevin! Ja, ich bin gleich tot. Jetzt bin ich gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Schüttel die Cops ab, ja. Hab schon vor. Danke, Captain Obvious. Ja, aber echt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich das machen muss. Nein. Oh doch, der Baum geht. Okay. Ich kann dich auch von deinem Leiden erlösen, wenn du willst. Nee, lass mal. Du kannst mal irgendwas gegen den Hubschrauber machen. Ja, aber dann habe ich sie ja auch hinter mir. Ja, fährst du immer noch hinter mir her, oder was? Ja, klar. Oh, lol, ey. Hier sind Flugzeuge. Du kannst den Flugzeug klauen. Äh, ich bin und fliegen echt richtig gut. Weißt du, das Ding ist, ich würde auch einfach mal gern irgendwo hin, wo wenigstens ein paar mehr Straßen sind. Aber nee, man ist hier in der Wallachai, im tiefsten Mongolenland, ja. Ja, wo fährst du denn noch lang? Hä? Wo fährst du denn noch lang? Irgendwo. Ich war jetzt einfach auf den Schienen, oh. Eigentlich immer weg von mir, ich hole dich nicht mal ein. Oh, jetzt, jetzt ist es am Blinken. Nein. Nein. Fahr. Oh Gott. Nein, jetzt bist du wieder da. Oh Mann. Wer fällt ein? Mhm. Es wundert mich auch echt nicht, dass du die nicht los willst. Jetzt, jetzt blinkt's. Jetzt habe ich, jetzt ist keiner gerade vor mir. Okay, das ist gut. So. Muss doch jetzt was werden hier. Weil der da hinten fällt jetzt einfach geradeaus weiter und lässt mich in Ruhe. Nein, der hat mein schönes Auto voll kaputt gemacht. Aber dafür ist er ja da. Fahr weiter. Fahr weiter. Jawoll. Puh. Gott. Ich habe... Alter. So, wo muss ich jetzt hin? Mach dir mal Navi-Punkte und ich komm mit. Das ist jetzt ein Hafen, das ist jetzt eh am Arsch der Welt. Ja, ich muss erst mal zu einer Werkstatt. Achso. Welche Überraschung. Oh, da kann ich nicht durch. Da kann man nicht durch. Alter. Einmal mit Profis, ey. Halt die Klappe. eigentlich müsste ich jetzt noch aus dem auto rausschießen und selber abgeben ja einfach mal einfach mal so ein richtiger penner sein sowie halt sonst auch ja es wäre ja auch mit ja kein wundern ist so lustig wenn du auf der autobahn auf dieser dieser spur an der seite auf dieser spur fest vibriert einfach der controller habe ich auch schon überlegt ob ich mir meinen controller anschließt aber irgendwie gott 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 jedoch das autofahren ist jetzt noch ein bisschen testen ganz nett mit dem muscle cars die berechnen hier so krass aus wenn du die ganze vollgas gibt ich mir gedacht habe ich mach einfach mal was rechts da für eine zielscheibe ach da hat schutzschutzanlage oder was nicht da ich bin richtig behindert richtig ich habe sogar schon mal gegen ein tennis gespielt weil mir so langweilig war hör auf ich kann ja abdrängen mit einer wahnwitzigen geschwindigkeit sind wir und ein junger ja das bleibt doch nicht einfach stehen jedoch mal weg jetzt ist nicht einfach stehen bleiben du bist 100 kilometer hinter mir im ihren eigenen anruf ich kann gerade nicht hat zu reparieren muss noch um lackieren auch stimmt shit und auch rückwärts reinfallen ja vorsichtig 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 wie geht das waffenkreuz äh lackierung noch nicht krumm die farbe ist ja egal ne vollkommen egal oh jetzt habe ich meine ganzen lassen weggeworfen die idiot da nicht mal so gut die führer sie ihm geben geld simeon sind doch nur 7,2 kilometer jetzt fährt es ja wenigstens wieder ja das stimmt raubüberfall ich gehe die ganze zeit heiß zur einladung wenn wir können auch mal ein heiß mit fremden machen können wir auch dann oder ich mache ein heiß auf und dann gucken wir mal was passiert das ist soll ja echt scheiße sein mit fremden da ist es wahrscheinlich auch aber dann machen wir beide halt einfach immer eine aufgabe zusammen ja weiß nicht oder wir machen jetzt ich will jetzt erst mal gleich mit den rennen fahren also ich würde sagen du bringst das auto zurück und dann machen wir ein rennen aber da das sich keiner angucken will wie du 35 stunden in eine richtung fährst ja ich mache jetzt auch erstmal würde ich sagen ich würde sagen wir machen wir noch eine neue folge und dann in der nächsten gibt es dann ein rennen zwischen uns also bis dann gude